Äh, äh, halb, äh, halb, wieso denn so eine Sprache, äh, halb, wieso so, ja, ähm, äh, äh, redest du mit deinen Unsichwachen, oder, mit wem redest du? Na, mit diesem Hengst vor mir. Äh, welchen Hengst? Äh, äh, den vor mir, hier, ganz genau hier. Äh, äh, sie sieht mich gar nicht. Ich bin, nur für euch beide zu sagen, ich bin ein unsichtbarer Pferd. Oh, Hengst. Ich sag jetzt einfach mal Hengst. Ja, ich bin ein unsichtbarer Pferd, wie ich gesagt hab. Bin ein unsichtbarer Pferd. Cool. Oh, so viel Essen. Oh, lecker, lecker. Äh, ein paar Sachen sind weg. Äh, das war mein Freund. Das war, äh, egal. Gehst du jetzt? Ja, das war schön. Den Hengst und Stute von deinem Mutter und Vater sind echt schön. Und, und so. Autsch. Wer hat dich umgeschmissen? Autsch. Und wer hat dich umgeschmissen? Äh, das ist nicht mehr Arbeit für die, äh, ach, egal. Au. Äh, äh, ne, nix. Ich mag den Sachen. Gar nicht. Aber ich muss jetzt mal ehrlich um mein Pferd kümmern. Na, Schöne. Du, äh. Ich hab wohl deinen Apfel runtergeschmissen. Ähm, hä. Ich tu, steh sie mal wieder auf. Äh. Autsch. Äh. Das tat weh. Ah. Ah. Ich will mich hier. Ah. Da steh ich wieder auf. Oh. Willst du ein bisschen Aufmerksamkeit? Tja. Ich bin nicht. Da. Und ich streichle einigwaltig. Hm. Die anderen Pferde. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Autsch. Ich bin eingesperrt. Oh, Mann. Äh. 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 Da nehm ich hier. Autsch. Ach, okay. Äh. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir bitte beim Besuchen. Äh. Komm. Mein Besitzer kommt. Oh, was? Ich muss schnell. Hier sieht's nicht Licht. Kann sich aber Licht. Oh, nein. Äh. Schnell. Wie? Da. So. Ach. Wohl brächtest du ein bisschen Auf. Ein bisschen. Ich will auch mal. Schau. Ich bin sogar raus. Mhm. Hä? Ich dachte, ich hab... Äh. 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 Autsch. Besser. Nur noch warten. Zwei Stunden später. Autsch. Äh. 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 Du musst weg. Sonst sehen die Menschen dich. Aber wer bist du? Ja. Ähm. Den Freund von... Die Black Beauty. Also kann ich dich jetzt sehen? Warte. Du hast es gemacht? Ja. Ich wollte nur, dass du mich sehen kannst. Ich will das jetzt bei allen Pferden machen. Aber nicht bei den Menschen. Bei den Menschen. Weiß ich nicht, wie es geht. Aber probier es auch nicht. Warum? Naja. Äh. Äh. Ich geh da mal. Mit wem hast du gesprochen? Mit wem hast du gesprochen? Ach, ähm. Nur mit einem Hengst. Der gerade bei deinem Nachwuchs ist. Hä? Du bist ja schick. Ähm. Wer hat diesen Geräusch gemacht? Äh. Nur den Hengst. Das hier vor deinem Box steht. Äh. 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 Also, was wollen wir machen? Darf ich jetzt in deine Box? Nein, ich wollte es machen, dass ich noch ein bisschen... Oh, Mist. Ab. Wieder in deine Box. Wieder rein. Äh. Tür zu. Äh. Schließen. Und... Äh. Nein. Äh. Ich will mal zum Kaffee. Lisa, wir müssen zum Kaffee... Oh, ja. Stimmt. Wir arbeiten da. Das stimmt hier. Total. Äh. 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 Wer will denn beim Kaffee arbeiten? Äh. Tja. Die beide. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ja, komm. Lass uns gehen. Ja. Die Menschen gehen. Zum Glück. In der Zeit... In der Zeit... Äh. In der Zeit... Äh. Nicht mehr angeschlossen. Oh, danke. Oh. Ähm. Ich glaub, das funktioniert nicht mehr. Da ist auch ein Affen. Oh. Hä? Hä? Okay, ich streiche. Ähm, wer soll ich streichen? Wem soll ich? Streich bitte, kein. Ach, bitte. Bitte. Ach, dann lasse ich dich raus. Komm. Ach, nein. Ich finde es besser, als ihr mich nicht seht. Ich wollte es ja nur, dass ihr mich glaubt. So, mal zurück. Und mich... Hä? Hä, was? Ouch! So. Zwei Stunden später. Wer hat mich rausgelassen? Ach, egal. Ich gehe einfach wieder rein. So, das ist meine Zeitung auszubüchsen. Ich kann dir helfen bei den Suchen... Du hast mich... Ähm... Ja, nur gesagt, suche. Ähm... Suche nach meinem Herd. Ach. Okay. Ich brauche vielleicht nur noch ein mehr Hilfe. Ja, ihr seid ja groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist ein... Das ist ein Schweizchen. Hi. Du siehst so schön. Oh. Okay, jetzt haben wir eine kleine, klitzikleine Hilfe. Ey, ich bin nicht klitziklein. Entschuldigung. Ey. Okay. Also, wir machen... Ja, ich kann es sagen. Ähm, wir treffen uns dann hier. Ja, okay. Ich gehe... Mal loben zuerst. Storm! Ach, da bist du. Ja. Was versteckst du da? Ach, wollte nur diese... Dingern wegschieben. Komm, lass uns. Ja, ich habe jetzt wenigstens mal jemanden gefunden. Oh, cool. Du hast jemanden... Ah. Ah. Gefunden. Oh. Äh, tut das gut. Ah. Was? Ich konnte mich so lange nicht mehr felsen. Ähm, ich glaube, ich kann dich eigentlich doch nicht helfen. Äh. 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 Okay. Wo wird ein... Und ich mache... Pferd sie verstecken. Ach, da ist nichts. Nein. Was? Hi Oh mein Gott Geh schnell hin Ja, ich hab Angst Entschuldigung, ich wollte euch nicht so erschrecken, aber seid ihr unsichtbar Wie siehst du uns? Geh weg Autsch Ich kenn, naja, einen von deinen Freunden Storm Aber ich glaub, du meinst nur ein anderer Pferd Und jetzt Geh Autsch Na schön Autsch Hör auf Wenn du so weitermachst, dann wirst du nie wieder dein Herde sehen Also, bist du ein unsichtbarer Pferd oder nicht? Ich bin ein unsichtbarer Pferd Gut, jetzt komm mit Den Fuhl kann auf dir reiten Ja Ja Na schön Hat jemand gefunden Ja, okay, gut Sternenstrahl Brownie Ah, Storm Storm Brownie Sternenstrahl Ich bin so froh, mich euch zu sehen Ähm Ich suche in den Zeit einfach mal Oh, war ja, oh, war ja Jetzt wird's abends Ja Mami Ja, ich weiß Nein, ich weiß nicht Mami Du hast mich eingesperrt Oh, schuldigen Schatz Ich mach's zu Ja, okay So, und es ist Zeit, dass du wieder auch reinkommst Zu machen Ja Reinkommen Oh, mein Zaun Unser Zaun Ja, unser Zaun Wo sollen wir bleiben? Ach, ich hab da einmal Eine Idee Kommt Storm Du kommst Mit mir Rein Ja, gut Und ihr Ja Geht zusammen da rein Danke für die Idee Bitte, bitte Ja, gut Oh, ich kann nicht schlafen. Ich kann leicht schlafen. Ja, ich auch, schau. Ja, jetzt ist es ganz schön dunkel geworden, Mami. Ich weiß. Mami, ich brech aus. Warte, nein. Nein. Ich habe doch ein Schreien gehört. Ich auch. Nein. Was, Mami? Da. Bin. Oh, mein Gott. Mami. Ich glaube, ich habe... Halt deine Klappe! Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ich habe nichts. Nachtgesehen im Nacht. Ich auch nicht, Mami. Weißt du was? Ich kann so viel plappern. Schau. Man kann so kurz sehen. Schau. Ich sehe... ...einen Viererstall, wo vier Pferde drin sind. Und ich sehe ein Koppel, wo zwei Hengste drin sind, wo wir früher nicht drin waren. Warte, was? Ja, schau. Äh, ich sehe keinen. Äh, ab ich... Ich sehe welche. Ja. Ja, ja, schon... Schon klar. Äh, wie sind's? Ich glaube, sie sind jetzt so welche Schlafmützen. Ich sehe welche. Vielen Dank.